Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Heute nochmal zur Gotthard Unterwelt. Einerseits zur Porta Alpina, also der offiziell niemals fertiggestellte Bahnhof für Urlauber direkt im Gotthard Massiv. Und man hätte halt 800 Meter mit dem Fahrstuhl, mit dem schnellsten Fahrstuhl der Welt nach oben fahren können. Aber auch um geheime Höhlen und offiziell geheime Bunker, wo viele auch schon gesagt haben, naja, also wenn in Mainstream-Medien über geheime Bunker des Schweizer Militärs berichtet wird, hier. Und mir haben einige Leute wieder sehr interessante Kommentare zugeschickt, die dann in die Richtung von der Arbeit von Heinrich Kusch führen. Und genau darum soll es in diesem Video mal gehen. Wir starten mit der Porta Alpina, also wirklich ein Riesenprojekt. Das wäre ein Bahnhof mitten im Gotthard Basistunnel geworden, knapp 800 Meter unter der Oberfläche. Also Porta Alpina so viel wie das Tor zur Bergwelt. Wiki schreibt, mit der Porta Alpina wäre in der Mitte des längsten Eisenbahntunnels der Welt die tiefste Bahnstation mit dem höchsten und schnellsten Lift der Welt und damit eine international vermarkbare Attraktion entstanden. Also man hätte wirklich aus den Großstädten wie zum Beispiel Zürich anreisen können, direkt unten im Gotthard Basistunnel anhalten, aussteigen und dann mit dem schnellsten Bahnhof, mit dem schnellsten Fahrstuhl nach oben fahren können. Ja, und dann dort halt zum Beispiel Skifahren oder Wandern. Ja, soweit ist es nicht gekommen, aber erstmal ein paar Daten zu diesem also doch im Rohbau fertiggestellten technischen Meisterwerk. In Seedruhen befinden sich also sogenannte Zwischenangriffsstollen für den Bau des Basistunnels. Zuerst führt ein knapp ein Kilometer langer Zugangsstollen waagerecht in den Berg und von dort führen dann zwei Schächte senkrecht 800 Meter tief auf das Niveau des Eisenbahntunnels hinunter. Also du siehst es hier schon, also unten diese roten Röhren, jetzt mal so ein bisschen, ja, vereinfacht dargestellt. Das sind halt diese Basisröhren sozusagen. Ja, in der Theorie hätten da halt eben ICEs und andere Schnellzüge gehalten und dann hätte man halt eben durch diese blauen Röhren nach oben fahren können. Und jetzt praktisch dieser, also linke Teil, dieser oberen blauen Röhre, das ist der Ausstieg nach Seedruhen und der rechte Teil, der so nach oben zum Berg rausgeht, das ist ein Entlüftungsstollen. Hier nochmal ein anderes Bild dazu, dass du auch mal diese Dimensionen so ein bisschen besser greifen kannst. Also dass man wirklich unten aussteigt und einfach, also ja, fast ein Kilometer mit dem Fahrstuhl und dann auch noch mit dem schnellsten Fahrstuhl, den es bis dahin gegeben hätte, weltweit nach oben fährt. Der hätte über 11 Meter pro Sekunde gemacht und man hat sich sogar Gedanken gemacht über, ja, gesundheitliche Folgen, die halt besonders empfindliche Menschen hätten haben können. Also es musste extra alles erforscht werden. Und hier sieht man auch, selbst dann, wenn man oben angekommen wäre, dann wären es nochmal fast ein Kilometer, um oben nur aus diesem Berg rauszukommen. Und all das ist halt in die Forschung mit eingeflossen. Weil das natürlich alles Zeit kostet. Und am Ende man sich gefragt hat, naja, also was bringt einem das letztendlich? Sollte man dann nicht vielleicht einfach oberhalb dort hinfahren, wenn man da ein Skigebiet bauen möchte? Aber gut, wie gesagt, der Zugangsstollen und alles dafür wurde angelegt. Das hier ist ein Bild vom Zugangsstollen in Seedruhen. Und da gibt es halt auch Videos, das hier ist von einem YouTuber Vision E-Drive, der halt wirklich meint, also da oben zieht es massiv Luft an. Also das ist richtig laut auch in dem Video. Und das wird halt zur Belüftung auch des Basistunnels verwendet. Ja, der Lift, also das wären wirklich 800 Meter, wie gesagt, nach unten oder nach oben gewesen. Der höchste Lift und der schnellste Lift der Welt mit einem Höhenunterschied von 800 Meter innerhalb von 70 Sekunden, also 11,4 Meter pro Sekunde. Und wie gesagt, da wurden schon massive Bedenken geäußert, ob halt empfindliche Menschen das überhaupt aushalten würden. Und der Lift ist schon drin, ganz interessanterweise. Allerdings nicht der original geplante Lift, aber halt ein anderer Lift. Das ist ganz interessant. Also hier ist ein YouTube-Short. Wenn man dazu recherchiert, es gibt kaum Videos. Also es gibt so vier, fünf Videos zur Porta Alpina und dann hört es aber auch schon auf. Dann findet man so Modelleisenbahn-Videos. Ganz interessant für so ein Jahrhundertprojekt, was also ja auch da ist und im Rohbau fertiggestellt ist und also auch teilweise begehbar war. Also zur Eröffnung 2016 findet man doch extrem wenig dazu. Ja, dieser Entlüftungsstollen, also auf der rechten Seite oben zum Berg, auch also irgendwo im Nirgendwo auf einer Höhe von 1600 Meter über dem Meer, kommt der dann raus. Also es ist schon wirklich krass und 1000 Meter unter diesem Entlüftungsstollen fahren dann eben also normalerweise die Hochgeschwindigkeitszüge durch. Jetzt gerade ist ja nur eine Röhre befahrbar und die hat eben auch nur für den Güterverkehr. Ja, und die andere Röhre ist ja also mindestens bis Ende des Jahres noch komplett gesperrt. Ja, die Porta Alpina ist also dann nie gebaut worden, also nie fertig gebaut worden, wobei halt diese riesigen Wartehallen natürlich schon angelegt wurden. Noch ein bisschen was zur Geschichte. Der Porta Alpina, die Eröffnung der Station, war zusammen eigentlich mit der Inbetriebnahme des Gotthard-Basistunnels, also für die Züge vorgesehen. Später aber insbesondere aus finanziellen Gründen, wurde es nicht mehr weiterverfolgt. Also der Rohbau dafür wurde also 2006, 2007 schon fertiggestellt und die Gesamtkosten wurden beziffert mit ungefähr 50 Millionen Franken. Ja, 2007 wurde dann praktisch der Beschluss über die Mitfinanzierung der Schweizer Bundesregierung verschoben und dann wurde halt gerechnet, naja, das hätte dann 40 Millionen Franken mehr gekostet. Deswegen gab dann am 16. Mai 2012 der Schweizer Bundesrat bekannt, dass auf die Porta Alpina, Zitat, vorläufig verzichtet wird. Ja, und damit wurde dieses riesige Projekt niemals realisiert. Deswegen ist, ja, sie druhen immer noch so ein verschlafenes Schweizer Bergdörfchen und ja, nun wird halt eben über verschiedene Nutzungen, ja, gespekuliert. Unter anderem, dass man einfach ein Schaufenster da reinbaut und da haben ja einige Schweizer auch schon gewitzelt, okay, also ich sitze in meinem Hochgeschwindigkeitszug, der mit Tempo 200 durch den Gotthard-Basistunnel fährt und ich habe dann so im Bruchteil einer Sekunde sehe ich so ein Tup, so ein Lichtchen sozusagen, wenn er durch diesen, ja, Bahnhof durchbrettert sozusagen. Also eine sehr sinnvolle Nutzung. Ja, und da liegen nun also Hallen, also Brach, wo jede Halle 240 Menschen fassen würde. Ja, schade, schade. Das wäre wohl auf jeden Fall nicht passiert, wenn man dort bei den Bauarbeiten auf geheime Bunker des Schweizer Militärs getroffen wäre, denn dann wäre wie von Zauberhand alles bezahlt worden und das ist ja gerade das, was aktuell berichtet wird, allerdings über die zweite Röhre für den Autoverkehr. Das hat ja hier der Tagesanzeige geschrieben, geheime Bunker verteuern den Bau der zweiten Gotthard-Röhre, also da wird ja mit 2,14 Milliarden Franken jetzt schon mal reingegangen und dadurch, dass da jetzt geheime Bunker entdeckt worden sind, wird es natürlich teurer. Blick greift diesen Artikel auf, ist halt auch nicht in der Bezahlschranke, deswegen haben Sie mehr Infos. Sie schreiben, für die Reparatur des Gotthard-Tunnels ist derzeit eine zweite Röhre im Bau, doch nun stehen Militäranlagen im Felsinnern im Weg und müssen umgebaut werden. Ja, wer hätte es gedacht. Weitere Auskünfte, Geheimsache, sagt das Bundesamt für Straßen. Tja, und da sagen sich einige, Moment mal, also geheime Bunker, als wenn die Schweizer nicht wüssten würden, wo ihre Bunker sind. Oder, also verschiedene Kommentare, naja, die Bunker waren so geheim, die konnten nur noch zufällig gefunden werden. Ja, also der Artikel stellt es so dar, als wenn diese Anlagen nun zufällig entdeckt wurden. Aber, also wenn da wirklich geheime Bunker liegen, dann wäre das ja erst mal für das Schweizer Militär klar, dass wenn da ein Tunnel durchgebaut wird und die haben auf jeden Fall auch Zugriff auf die Planung beziehungsweise würden sich wahrscheinlich dafür interessieren, dass halt eben genau nicht durch solche Vorfälle ihre geheimen Militäranlagen in die Mainstream-Nachrichten geraten. Ja, und plus zusätzlich, seit wann wird eigentlich über den Umbau geheimer Militärobjekte eben in solchen Gazetten berichtet. Also du merkst schon so, naja, so ganz stimmig ist es auf jeden Fall nicht. Noch ein weiterer Kommentar, das sind keine geheimen Bunker, wären sie geheim, wüssten wir davon nicht aus der Presse. Also das haben einige geschrieben, dass sie halt sagen, naja, also die Geschichte, die stinkt ja nun wirklich. Es sei denn, das mal vielleicht auch vorab, wir gehen gleich nochmal auf den Artikel zurück, es sei denn, es geht da gar nicht um einen Bunker des Militärs und diese geheimen Bunkeranlagen werden nur vorgeschoben, um halt eben der öffentlichen Meinung, den Blick der Öffentlichkeit sozusagen was hinzuwerfen, einen Schnuller hinzuwerfen, damit sie keine weiteren Fragen stellen, wenn auf einmal deutlich mehr ausgegeben werden muss, als vorher veranschlagt war, weil dann ja klar ist, ja, ja, das sind ja die geheimen Bunker und wenn es da mal ein paar hundert Millionen mehr kostet, ja, ist ja alles erklärt sozusagen. Ja, also wie gesagt, das kann es natürlich auch sein. Noch ein Kommentar dazu, die Tunnelbauer müssen während dem Bau zufällig auf die Bunkeranlagen stoßen, denn hätte man die Umbauarbeiten der Bunker schon im Voraus geplant und budgetiert, wären die Baukosten vermutlich niemals durch das Parlament bewilligt worden. Also auch eine sehr schlaue Sichtweise. Auf diese Weise sind es zufällig unerwartete Mehrkosten, so meine Vermutung, schreibt der Kommentator. Oder andersrum lächerlich die Aussage, dass beim Bau des Tunnels geheime Militärbunker den Bau verzögern. Bei Projekten dieser Größenordnung wird alles vorab genau geplant, berücksichtigt und nichts dem Zufall überlassen. Ich gehe davon aus, dass aktuell Anlagen im Untergrund ausgebaut werden. Das würde dann die, also vielleicht Phönix-Hypothese stützen oder halt eben allgemein, dass es so über so ein Black Budget sozusagen, wobei so Black sind die ja gar nicht, aber da wird halt eben was vorgeschoben. Ja, wir haben da was entdeckt und wir brauchen jetzt mehr Geld. Und also das Astra, das Schweizer Straßenbauamt sagt, ja, ja, wir übernehmen alle Kosten. Also da wird der gar nicht mit der Wimper gezuckt sozusagen. Und da merkt man schon so, ja, okay, also es ist ja praktisch. Einerseits für das Militär, okay, da wird halt eben umgebaut auf eure Kosten. Aber wenn es wirklich geheim wäre, dann wäre es natürlich saudumm, wenn darüber auf einmal die ganzen Zeitungen berichten würden. Nochmal ganz kurz zurück zum Tagesanzeiger. Wie der Tagesanzeiger schreibt, müssen nun Einrichtungen des Schweizer Militärs innerhalb des Gotthards umgebaut werden. Außerdem braucht es Vorarbeiten, um die militärischen Zugänge zuerst umzulegen. Das Bundesamt für Straßen der Schweiz, also Astra, bestätigt dies. Weitere Auskünfte will es Astra nicht geben, weil diese Informationen vertraulich seien. Und das Astra bezahlt sämtliche Arbeiten. Unklar ist zudem, wie viel teurer der Bau durch die Anpassung der Bunker wird. Es ist einzig bekannt, dass das Bundesamt für Straßen sämtliche Ausgaben für den zweiten Gotthardtunnel bezahlt. Für den Bau sind derzeit 2,14 Milliarden Franken vorgesehen. Ja, also wie praktisch. Und aber, also jetzt mal wieder zur Realität zurück. Also wenn man einmal eine Frage stellt, ob das wirklich so sein kann, dann kommt man ja dahin, okay, also die Medien wollen uns jetzt weismachen, dass beim Bau der zweiten Gotthardt-Straßentunnelröhre plötzlich auf mehrere Bunker gleich des Schweizer Militärs gestoßen wurde, die also in der Planung nicht vorgesehen waren, die eigentlich geheim waren. Jetzt sind sie nicht mehr geheim. Ja, und weswegen nun die Bunkereingänge umgelegt werden müssen. So, das hat man in der Planung dieses bis jetzt 1,2, 2,14 Milliarden Projekts bisher nicht bedacht und man hat sich auch vorher nicht mit dem Schweizer Militär abgestimmt. Und ja, die haben auch nichts gesagt, so nach dem Motto, warten wir mal ab, haben auch einige meiner Kommentatoren gesagt, da sitzt dann der Kommandant auf dem Klo und auf einmal bricht so die Wand weg und dann so, oh, jetzt müssen wir mal hier mit dem Bundesamt für Straßen einen Deal machen. Also viele sagen, hier stinkt doch was. Und jetzt mal zu einem sehr spannenden Kommentar. Meine Vermutung nach nun circa einem Jahr Recherche und tatkräftiger eigener Forschung nach unserer wahren Vergangenheit ist, keiner wusste von den Dingen, die im Berg verborgen sind. Denn das sogenannte Militär hat sie nicht gebaut. Das kann man leider nicht veröffentlichen, da dies natürlich Fragen auf den Plan rufen würde, die keiner der Verantwortlichen beantworten kann oder darf. Das ist die sogenannte militärische Geheimsache, wenn ihr mich fragt. Denn dann kämen die Fragen auf, wer hat diese Anlagen denn gebaut? Wann, womit und wie? Und schon sind wir wieder mitten in der wahren Vergangenheit, die mit allen Mitteln für uns verborgen bleiben muss. Ja nun, wer hat es denn gebaut? Wer lebte wirklich früher auf dieser Welt? Wo sind sie denn hin? Womit konnten denn die Hüstel, Steinzeitmenschen solche Höhlen und Gänge im Berg bauen? Mit Hammer und Meißel? Denn das können ja keine kleinen Anlagen sein. Wenn sie den Bau so extrem verzögern. Also welche Zivilisation hat denn früher wirklich gelebt, die zu all den Bauwerken unter wie oberirdisch fähig waren? Ja und hier bezieht er sich natürlich ganz stark auf die Arbeit von Dr. Heinrich Kusch und auch von seiner Frau, die da eben diese unterirdisch angelegten Anlagen erforscht haben. Wir haben angefangen in der Steiermark, aber mittlerweile haben sie das ja weltweit erforscht und haben ja wirklich so viele Höhlen-Systeme, aber auch die zwölf Apostelzeche zum Beispiel freigelegt, auch wieder zugänglich gemacht und haben also auf super viele Anomalien hingewiesen, haben auch viele Artefakte gefunden und haben natürlich auch eigene Forschung betrieben und sind selbst dazu gekommen, dass diese Höhlen-Systeme deutlich älter als 12.000 Jahre alt sind. Ja, aber laut unserer gängigen Archäologie und auch der gängigen Geschichtsschreibung haben vor 12.000 Jahren ja noch die Menschen irgendwo mit irgendwelchen Fällen behangen und Steinen sozusagen gelebt und haben bestimmt keine unterirdischen Tunnel mit einer extremen meisterhaften Präzision in den Berg getrieben. Mal kurz zu Heinrich Kusch. Er spricht zum Beispiel in seinem Buch Geheime Unterwelt von Kontakt und Handelsbeziehungen mit alten unterirdisch lebenden Zivilisationen und er sagt sogar, dass es mehrere auch heute noch unterirdisch lebende Zivilisationen gibt und die natürlich technisch teilweise weit fortgeschritten sind, weil sie ja auch unterirdisch überleben müssen sozusagen und deswegen einen ganz anderen Grad an Technologie dadurch erreicht haben. Auch seine Frau, also Ingrid und er, sie haben viele Gangsysteme, Erdstelle und unterirdische Anlagen weltweit erforscht und wie ich schon gesagt habe, immer wieder sind sie dabei auf Anomalien gestoßen, für die es einfach offiziell keine Erklärung gibt. Interessant, so sind die meisten dieser Gänge, die sie erkundet haben, nach einer gewissen Strecke nicht nur zugemauert, sondern in einer unbekannten, vermutlich im Mittelalter liegenden Zeitepoche absichtlich und mit gewaltigem Arbeitsaufwand verschlossen wurden. Also meterdick mit tonnen schweren Gestein. Das haben sie immer und immer wieder angesprochen und da gibt es halt auch richtig Forschung zu und auch Belege von der Kirche, dass das also fast panikartig zugeschüttet wurde, warum auch immer. Also es gab verschiedene Ereignisse, sowohl unterirdisch als auch Himmelsphänomene und daraufhin gibt es, wie gesagt, Dokumente von der Kirche, wurde angeordnet, dass diese gesamten Zugänge in die Unterwelt verschlossen werden sollen. Ja und also sie schreiben weiterhin, wollte man das Wissen um eine unbekannte vorchristliche Kultur ein für alle Mal aus dem Bewusstsein der Menschen löschen oder fürchtete man sich gar für etwas aus den Tiefen der Erde. Irgendetwas muss damals passiert sein, denn sonst hätte man sich diese Arbeit wohl kaum gemacht. Die Gänge selbst sind mit einer Präzision aus dem gewachsenen Bergfelsen herausgefräst worden, die gerade heute erst wieder mit modernsten Maschinen möglich ist. Die Wände sind perfekt und sind von Tunnelbauingenieuren als hochmoderne Glanzleistung eingestuft worden und sind doch älter als die Steinzeit. Durch ein ausgeklügeltes Belüftungssystem ist darin sogar immer frische Luft. Das ist hier vielleicht sogar eines der bekanntesten Bilder von Dr. Heinrich Kusch, wo er ja sogar einen Metallspan gefunden hat und den hat auch analysieren lassen und halt eben auch zeigt, dass wirklich also auf den Millimeter genau hier dieser Gang in den Berg gefräst wurde. Allerdings, wie gesagt, das alles vor tausenden von Jahren, wo es offiziell, also das sagte der Name Steinzeit, nicht viel mehr als Steinwerkzeuge gab. Und letztendlich, also wenn würde sich nur diese eine Sache bestätigen, dann müsste unsere komplette Geschichte einmal umgedacht werden. Aber auch heute, um das mal wieder in Verbindung zu bringen mit diesen ganzen Bergbauingenieuren, mir hat einer geschrieben, dass er im Zuge einer Fortbildung mit einem ca. 50-jährigen Schweizer zusammenkam, welcher Jahrzehnte im Tunnelbau tätig ist und er meinte, dass oftmals im Vortrieb Höhlensysteme entdeckt werden, welche neben bürokratischem Aufwand auch das kurze Einstellen der Arbeit bedeuten. Und er sagt halt, manchmal werden die Arbeiten weitergemacht, das wird halt einfach zu betoniert, damit die sich da nicht die ganze Arbeit machen müssen. Aber es werden eben immer wieder unterirdisch Höhlensysteme entdeckt, die einfach nicht erforscht werden. Und er schreibt weiter, das Mysteriöse aber war eine plötzlich eingebaute, orangene Tür, über die niemand kommuniziert hat und man auch keine Infos hatte. Die Tür befand sich an der Seitenwand des Tunnels und war aus massivstem Stahl gefertigt. Die einzige inoffizielle Info, die man bekam, war, dass dieser Eingang militärisch genutzt wurde und man nur im Verborgenen dort aus- und eintrat. Also ganz interessant, dass, also wenn man diese Dinge zusammenführt, und wie gesagt, das sind ja viele Kommentare, die ich hier auch in diesem Video einfach mal zitiert habe, sind ja, also ich habe natürlich auch diese Gedanken, aber auch viele meiner Zuschauer gehen diesen Schritt, dass sie sagen, naja, also kann ja sein, dass das wirklich vom Militär ist, aber das wäre ja das Dümmste, was man machen kann, dass man einen geheimen Bunker durch die Mainstream-Medien jagt. Und ja, wenn dort wirklich etwas anderes verborgen werden soll, dann ist es natürlich schlau, dass man dann wieder einen Bunker vorschiebt, damit halt eben, weil ja sowieso alle denken, ja, die ganze Schweiz hat ja über 300.000 Bunker und ist ja wie ein Käse durchlöchert, dann wird das schon seine Richtigkeit haben. Und wenn da noch ein paar hundert Millionen oben drauf kommen, ach, egal, dann fragt halt eben keiner nach. Und dann wäre es natürlich schlau, wenn es sozusagen ein Cover-up ist für eine Geschichte, die wirklich gravierend ist, also für was, was wirklich unsere Sichtweise auf die Welt verändern könnte. Ja, aber wie gesagt, dass da was stinkt, das fällt ja vielen Leuten auf, was es genau ist, werden wir natürlich nicht erfahren. Aber es ist natürlich spannend, diese ganzen, ja, Ebenen mal übereinander zu legen und sich das Bild anzuschauen, was dann entsteht. Danke an dieser Stelle übrigens für alle, die hier so fleißig kommentieren und schreibt mir auch gern hier wieder deinen Kommentar unten in den Kommentarbereich. Lese ich sehr gern. Und ansonsten, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Danke wie immer an dieser Stelle an alle, die mich unterstützen. und wir sehen uns dann in einem meiner anderen Videos wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Kai Brenner.